Ey, wer seid ihr? Tak, 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 tak! Ahahaha, jaaa kidding! Gern, wenn ich euch nicht zur Last fahre! Aber nein, meinetwegen kannst du sogar für immer hierbleiben! Hallelujaaa! Huupsch! Oh! Hurttzzzzzzzz! Boi-boi! Psch! Doch das harte Metall gibt keinen Millimeter mehr. Was soll ich sonst machen? Okay, ich komm mit. Tja, du, äh, ich glaube, die Pörgenwäusen, die sind uns nicht mehr wichtig. Ist das so, oder? Nicht schlecht. Popel, popel in der Nase, Pustekuchen in Posterhase. Ja, du, was soll das sein? Ein Reim. Dann lass uns aufbrechen. Hoi, poi. Das ist ein gut gebautes Mädchen. Bei den Slip an. Pfff! Uppi! Aaaaaah! 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 Ha! Dankeschön!